Hallo bei Eventphone. Heute möchte ich euch unser neuestes Produkt vorstellen, nämlich die Eventphone Anmeldemikrowelle. Ein ganz heißes Produkt und zuerst möchte ich euch erstmal ein kleines Feature vorstellen, bevor wir später euch das Anmelden zeigen. Ein Nebenprodukt ist, dass diese Anmeldemikrowelle nicht nur anmelden kann, sondern sie kann auch sehr sehr schnell laden. Ultra Fast Charging wird das Prozedere genannt. Nämlich das Problem ist gerade so, Telefone sind immer sehr sehr schnell leer telefoniert und das Laden in der Ladestation dauert immer viel zu lange und deswegen werde ich euch mal zeigen, wie krass schnell man mit der Anmeldemikrowelle dieses Telefon laden kann. Es ist sehr sehr leicht, man macht einfach die Mikrowelle auf, man kennt es. Es ist ganz normal wie auch im Haushalt. Legt das Telefon rein, Klappe zu und Fast Charging ist die 2. Das mag jetzt für ein etwas beunruhigendes Erlebnis gewesen sein, aber das muss alles so sein, weil viel Energie wird in den Akku eingetragen. Ihr muss auch ein bisschen aufpassen wegen der Rauchmelder, aber im Grunde genommen ist das eine ziemlich schöne Geschichte, nämlich zappzerap. Ihr seht, das Telefon ist innerhalb von wenigen Sekunden voll. Ja, soviel dann erstmal zur Anmeldemikrowelle und der geilen Ladefunktion und wir hören und sehen uns. Danke, Eventphone.